Ah ja, der Herr Schneebastion. Was sollen die Verkleidung? Sieht ja hart lächerlich aus. Danke, das ist vermerkt. Wie geht's Ihnen dann? Warum fragen Sie das? Ist Ihnen irgendwas komisches aufgefallen? Übelkeit? Anschwellen der Finknerkuppen? Ja, es sieht so ein bisschen aus, als würde jemand hier mit den Farbeneinstellungen spielen, aber ansonsten... Oh ja, das wissen Sie gar nicht. Sie lagen 20 Jahre im Koma. Warte, was? Ja, Sie hatten bedauerlicherweise 2018 einen Filmunfall. Welches Jahr haben wir? Das kann ich nicht glauben. 16.09.2038, warum? Ja, genau. Äh, doch, doch. Okay, Elgug. Welches Jahr haben wir? Wir haben den 16. September 2038. Elgug, was denn das für ein Scheiß? Ja, Google hat sich umbenannt. Sehr komisch. Ah ja, es hat sich anscheinend sehr viel verändert. Ja, wir müssen noch ein paar kleine Tests machen, damit sie auch wieder vollständig ges... Nope! Hä, wo wollen Sie hin? Sie können jetzt... Hallo! Sieht echt irgendwie komisch aus. 60 Tonnen Nachrichten. Das hat sich eigentlich noch so geändert. Das hat sich noch so geändert. Das hat sich noch geändert. Das hat sich noch geändert. Ja, das hat sich noch geändert. Ja, wir sind noch halt zu. Ja, wir sind noch geändert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020